Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 45.100 US-Dollar. Wir hatten einen guten Daily Close über unseren Widerstand von gestern, den wir durchbrochen haben. Das heißt, wir sind weiterhin erstmal Bullish unterwegs. Und ein Indikator ist etwas gesunken. Wenn wir uns das gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Es gibt immer noch keine ETF-News. Ich rechne eher, wahrscheinlich sogar eher nächste Woche damit. BlackRock hat seine Käufe auch nochmal verschoben. Wurde ja angekündigt, 10 Millionen und sowas. Wisst ihr Bescheid. Wurde nochmal verschoben auf den 5. Januar. Kann sich aber jederzeit natürlich wieder verschieben. Bevor wir jedoch starten und natürlich dann auch mal einen Blick auf unseren Gold-Chart werfen und auf Ethereum etc. Lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das Ganze auch traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse BingX empfehlen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und kriegt auch nochmal 10% Rabatt auf eure Gebühren. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 45.100 US-Dollar. Wir schauen uns noch ganz kurz auf den Daily Close uns genauer an. Da haben wir ja gestern drüber gesprochen. Es wird sehr, sehr entscheidend sein, wie eben dieser Daily Close stattfinden wird. Wir sehen, okay, von unserem Hoch, was wir hier oben bei knapp 46.000 US-Dollar hatten, haben wir ungefähr 50% dieser Candle wieder nach unten hin abverkauft. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch, dass es aber auch nicht ultra-bullish wichtig war. Wir hatten den Close über unserem letzten Hoch hier drüben bei 44.700 US-Dollar. Und da war auch der Close drüber wichtig. Damit hatten wir auch erstmal mal ein schönes Breakout nach oben hin aus unserem Ascending Triangle. Und das Preistil liegt weiterhin hier zwischen 48.000 und 50.000 US-Dollar grundsätzlich. Wenn wir uns das Volumen angucken, ist eigentlich sehr, sehr stabil. Im Gegensatz zu den letzten Wochen auch weiterhin sehr, sehr hoch. Was mich immer noch so ein bisschen pessimistisch werden lässt und warum ich eigentlich auch immer noch auf Korrekturmodus eingestellt bin. Deswegen seht ihr auch hier den Fahrplan. Ich gehe immer noch maximal von Kursen von 30.000 bis ungefähr 32.000 US-Dollar aus. Das ist auch wirklich nochmal ein Maximum für eine weitere Bestätigung des Bullruns. Weil wir einfach in dieser gesamten Phase, seit wir ungefähr, wenn wir uns das jetzt mal preislich angucken, hier in diesem Preisbereich von 26.000 US-Dollar bis jetzt eigentlich hier hoch. Da hat das Volumen erst wieder angefangen, hier bei 40.000 US-Dollar. Kaum wirkliche Preisbewegungen in diesem Signent hatten, beziehungsweise kaum richtiges Volumen. Und das Volumen jetzt erst wieder zurückkam. Und das sehen wir, was wir uns jetzt die letzten Tage schon immer mal wieder angeguckt haben, auch an den Fundinggebühren, die komischerweise in den letzten Stunden extrem nach unten hingegangen sind. Also wir hatten ja hier unser Top, das war da, wo jetzt dieser Pump nochmal kam gestern Nacht, bis auf knapp 0,07 bei Binance. Mittlerweile hat sich das deutlich, deutlich abgekühlt. Wir sind bei Binance noch bei 0,015. Bei BingX sind wir auch noch bei 0,03. Also die Fundinggebühren haben sich in den letzten Stunden extrem nach unten hin bewegt. Keine Ahnung, was da momentan der Auslöser ist. Müssen wir vielleicht dann nochmal das Open Interest angucken, wie das momentan aussieht. Gut, es hat aber auch ehrlich gesagt eher noch sogar ein bisschen zugenommen. Also wirkliche Veränderungen sehen wir dann nicht. Open Interest weiterhin sehr, sehr hoch. Das sehen wir. Warum die Fundinggebühren dann unbedingt so niedrig gegangen sind, verstehe ich auch nicht. Aber gut, sollten wir mal ein bisschen im Auge behalten auf jeden Fall. Ansonsten, in den kleineren Timeframes hat sich hingegen eigentlich gar nicht wirklich viel getan. Wir haben hier diese kleine Bearish Divergence, die jetzt erstmal nach unten hindurch gebrochen ist. Und zur Analyse von gestern würde ich auch weiterhin behaupten, hat sich eigentlich auch nicht wirklich viel geändert. Ich gehe weiterhin immer noch von so einem kleinen Rücksetzer aus. Er sollte wirklich nicht tiefer als diese Marke von 42.900 US-Dollar. Und zwar hat das folgende Gründe. Wir haben natürlich gestern uns mal die Vector Candles angeguckt, wenn sie dann wieder mal laden würden. Gut, müssen wir es halt wieder so machen. Gestern schon Tradingview geleckt, heute jetzt auch wieder. Ich verstehe es teilweise nicht. Aber gut, probieren wir es eben nochmal. Machen wir nochmal den Indikator an. Wir haben unsere Vector Candles, die einerseits natürlich diesen ganzen Pump, der jetzt gestern Morgen oder ehrlich gesagt schon eher am ersten stattgefunden hat, hier unten gestartet bei 42.900 US-Dollar. Dort haben die Vector Candles gestartet. Deswegen würde ich hier sehr, sehr gerne einen Retest sehen. Und jetzt kleine Überraschung. Ihr wisst, ich habe früher immer mal wieder gerne den Pivot-Indikator genommen. Und auch hier sehen wir, okay, wir sind perfekt am R1 zurückgewiesen worden. Also am Monats-R1. Das ist nicht der Weekly, sondern der Monats. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und auch hier würde es vielleicht nochmal dazu passen, dass wir hier auch nochmal die Psy-Range nach unten hin testen bei ungefähr 42.000 bis 43.000 US-Dollar. Also wir haben hier die Überschneidung. Es würde mich nicht wundern, wenn es nochmal kurzzeitig einen sehr, sehr heftigen und schnellen Dump gibt. Aber Dump in der Hinsicht, dass wir nur Richtung 43.000 US-Dollar gehen. Die Liquidität hier unten aufsammeln und dann wirklich zum entscheidenden Move nach oben hin in Richtung 50.000 US-Dollar hin starten. Das macht momentan meiner Meinung nach am meisten Sinn. Und das wäre auch für mich jetzt momentan die nächste Long-Position. Nachdem wir die Swing-Position noch offen haben, überlege ich derzeit schon ein bisschen Profite zu nehmen, weil mir das Ganze immer noch so ein bisschen heikel ist. Aber da werde ich jetzt heute auf jeden Fall nochmal, wie gesagt, die Funding-Gebühren auf jeden Fall mal noch ein bisschen im Blick behalten. Natürlich auch so ein bisschen das Open Interest. Also da müssen wir jetzt mehrere Faktoren auf jeden Fall mal im Blick behalten, bevor wir hier weitermachen. Aber ansonsten Long-Trade auf jeden Fall weiterhin geplant. Dass wir hier unten entweder Richtung Golden Pocket oder hier Richtung 42.000 US-Dollar. Würde nochmal einen positiven Retest hier dieser Aufwärtstrend-Linie bedeuten. Und dann eben dieser Pump nach oben. Und dann sollten, wenn die ETF-News wirklich kommen und sollte wirklich dieser ETF dann genehmigt werden, rechne ich vielleicht nochmal so mit dem letzten Peak. Und dann wird es darauf ankommen, ob dieser ETF auch wirklich handelbar ist. Sofort, instant. Oder ob es dann heißt von der SEC, ja, nee, ist es jetzt genehmigt. Aber kann noch ewig dauern, bis da wirklich mal das Kapital dann wirklich in den Markt schießt. Dann rechne ich mit einer fetten Gegenbewegung. Und dann können wir uns hier möglicherweise wirklich nochmal auf Kurse zwischen, ich sage jetzt mal, mindestens 37.000 bis 40.000 und Maximum 31.000 bis 32.000 US-Dollar einstellen. Das ist jetzt momentan erstmal so ein bisschen meine Theorie. Ascending Triangle sind wir ausgebrochen. Grundsätzlich alles Bullish. Volumen sehr, sehr stark. Open Interest und Funding-Fees sind so ein bisschen das kleine Fragezeichen momentan noch. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Auch hier wenig Veränderungen im Gegensatz zu gestern. Haben wir ja gestern schon darüber gesprochen, dass wir hier noch kein richtig Bullishes Breakout haben. Uns fehlt hier immer noch dieses höhere Hoch. Das haben wir gestern auch nicht mehr erreicht. Diese Trendlinie wird weiterhin respektiert, auch wenn wir hier immer ein bisschen wieder mit Kämpfen. Volumen etwas zurückgegangen. Also auch hier bin ich noch nicht vollends überzeugt, dass dieses Pump-Szenario derzeit zumindest eintritt. Wir können auch mal hier aus Scheiß einfach mal den Pivot-Indikator machen. Auch da sehen wir, okay, es würde nochmal für ein höheres Hoch sprechen. Den Monats-Pivot nach unten hin haben wir schon getestet. Nach oben hin den R1 könnten wir jetzt im Laufe des Tages vielleicht doch nochmal testen. Sollte Bitcoin auch nochmal ein höheres Hoch zumindest in dem Bereich der 46.000 US-Dollar versuchen. Ansonsten auch hier weiterhin Rücksetzer und dann Pump bis maximal 2.700 US-Dollar. Warum die 2.700 US-Dollar? Ihr seht diese riesengrüne Zone. Also diesen Bereich hier spekuliert einfach aus dieser Ineffizienz, die sich hier noch aus Mai 2022 gebildet hat. Also diesen Bereich kann Ethereum eigentlich ohne Probleme noch erreichen, bevor wir dann von einer größeren Korrektur ausgehen müssten. Jetzt gehen wir nochmal rüber zu unserem Gold-Chart. Auch hier habe ich ja gestern nochmal dazu gesagt, hat sich gut nochmal ausgespielt. Also wir hatten Glück gehabt. Position nicht ausgestoppt hier oben in unserem Golden Pocket. Also alles perfekt eigentlich gelaufen. Korrektur weiterhin drin. Ich werde hier wahrscheinlich dann im Laufe des Tages nochmal die ersten Take-Profits nehmen. Also das heißt, den größeren Take-Profit von 25%, 10% haben wir ja schon genommen. Und dann lassen wir das Ding erstmal noch laufen. DAX, nachdem er hier diesen Push hatte, wieder zurück auf unseren Support, auch auf den Monats-Pivot gefallen. Also es tut sich derzeit noch an den Stockmärkten relativ wenig. Die Bewegungen sehen aber sehr, sehr schwach aus. Die XY-Erholung spricht dann auch eher dafür, dass wir jetzt möglicherweise langsam, aber sicher hier eben bei den Stockmärkten erst einmal ein Top gesehen haben. Ansonsten, news-technisch habe ich auch mal so ein bisschen geguckt. Steht heute überhaupt nichts an. Wir gucken nochmal auf morgen. Morgen dann wahrscheinlich, wie immer, Erstanträge, Folgeanträge, Arbeitslosenhilfe. Da können wir vielleicht mal drauf schauen. Und vielleicht auch die Lagerbestände. Weil das ist auch so ein Punkt, der für mich, da können wir vielleicht mal kurz einen Ausblick, aber da will ich da morgen nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Der für mich auch immer mehr so ein bisschen für eine mögliche Rezession sprechen könnte, beziehungsweise für fallende Kurse. Und zwar, der Ölpreis ist momentan ununterbrochen nur noch am Fallen. Golden Pocket verloren. Die Abwärtsbewegung ist absolut intakt. Also hier müssen wir auf jeden Fall den mal ein bisschen mehr im Blick nehmen. Sollten wir hier wichtige Preiszonen verlassen. Hier also dieser Bereich hier zwischen 63 bis 67 US-Dollar pro Barrel-Öl. Könnte das Ganze ziemlich, ziemlich übel enden. Also das mal ein bisschen im Blick behalten. Aber wie gesagt, da werden wir die nächsten Tage möglicherweise nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Was auch möglicherweise dann für den Goldkurs nachhaltig dann auch für einen Anstieg führen könnte. Aber gut, warten wir erstmal ab. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und gerne auch einen Kommentar unten reinlassen, was eure Meinung momentan zu dem ganzen Ding ist. Das war es von mir. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns morgen früh wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, Stay Crypto.